Willkommen zu einer neuen Folge von PhiloCast in einem Podcast. Heute geht es um das Thema Trieb. Jörg, du hast ja ein Seminar gegeben über das Thema des Semesters. Machen wir auch einen Link reingleich. Jetzt wollen wir vielleicht mal einfach das Thema philosophisch-systematisch umkreisen. Vielen fällt wahrscheinlich sowas ein wie der Sexualtrieb. Überlebensinstinkte sind ja auch Triebe. Manchmal sind wir auch getrieben von etwas. Ich glaube, die Sachen werden oft auch negativ gesehen. Wir sind einem Trieb unterworfen. Manchmal werden sie aber auch positiv gesehen im Sinne von Etwas treibt uns an. Ich meine, so ein Trieb kann uns auch eine gewisse Kraft verleihen, was zu schaffen bezüglich Kreativität, Lebenszielen, die man sich setzt. Dann ist man getrieben davon. Jetzt wäre meine Frage ganz konkret, so wollen wir vielleicht anfangen. Welche Arten des Triebes gibt es denn? Ja, hallo Marcel erstmal. Du hast schon viele zentrale Themen angesprochen. Die Philosophie beschäftigt sich auch mit dem Trieb. Das ist erstmal sehr erstaunlich, weil man ja denken sollte, das macht jetzt nur die Psychologie oder die Biologie vielleicht, die Naturwissenschaften. Aber tatsächlich gibt es eine sehr intensive Debatte in der Philosophie über das Wesen des Triebes. Und jetzt hast du gefragt, was für Triebe gibt es? Du hast auch schon ein paar genannt. Die Philosophie spricht nicht so viel vom Sexualtrieb oder Überlebenstrieb, sondern sie spricht mehr zum Beispiel vom Spieltrieb. Also Friedrich Schiller hat in seinen Schriften diesen Trieb ganz prominent hervorgehoben. Ich mache oben rechts einen Link zu dem Seminar dazu rein. Es gibt den Spieltrieb, dann gibt es zum Beispiel noch den ästhetischen Trieb bei Fichte. Und es gibt bei Karl-Leonhard Reinhold den eigennützigen und den uneigennützigen Trieb. Und bei Blumenbach, wo ich oben rechts wieder einen Link rein mache, gibt es sogar einen Bildungstrieb. Also siehst du, es gibt eine ganze Reihe von Trieben und die Philosophie kann dazu tatsächlich was sagen. Die Frage wäre natürlich, was bringt uns das, über Trieb zu unterhalten? Ja, also wie du auch schon sagtest, der Trieb ist ein Prinzip in der Anthropologie, also in der Lehre vom Menschen, die das erklären kann oder verständlich machen kann, wie wir überhaupt dazu kommen, etwas zu tun. Also der Trieb, der hat immer was von Motivation, von Antrieb und er hat auch eine gewisse Nähe zum Begriff des Willens. Okay, da natürlich aber die Frage, wenn ich etwas will, ich habe jetzt irgendwie Bock darauf, Urlaub zu machen, dann würde ich intuitiv nicht von Trieb sprechen. Wenn ich irgendwie ein Ziel habe, Ziele bringen mich ja auch irgendwo hin, dann würde ich das auch nicht als Trieb bezeichnen. Also irgendwie scheint mir jetzt Trieb sowas Unbewusstes zu sein, worüber ich vielleicht sogar keine Kontrolle habe. Das ist auch völlig richtig. Der Wille ist in der Regel etwas, was reflektiert vorliegt, wo wir die Vernunft einsetzen und gemeinhin ist der Trieb so konnotiert, dass da die Vernunft nicht so eine große Rolle spielt. Jetzt kann man aber dennoch sagen, dem Wille muss ja eine Energiequelle zugrunde liegen. Woher bezieht denn der Wille seine Energie? Und da könnte man dann den Trieb wieder ansetzen und sagen, gut, am Anfang haben wir so ein bisschen was Unreflektiertes, so eine Grundmotivation und die müssen wir aber immer mehr aufklären. Also wir müssen uns zu unseren Trieben verhalten mit unserer Vernunft. Und wenn wir uns zu unseren Trieben verhalten, dann bekommen wir am Ende sowas wie den Willen. Und da gibt es eine ganz interessante neuere Position, den Harry Frankfurt. Ich mache oben rechts auch einen Link rein. Der spricht von Trieben oder Begehrungen erster Stufe. Das wäre ungefähr sowas wie der Trieb. Da haben wir auch ein ganz altes Video noch drüber. Hast du auch schon mal drüber geredet? Habe ich schon wieder vergessen, was wir nicht alles getan haben. Und es gibt Volitionen zweiter Stufe. Das ist dann die Reflexion auf diese Begehrungen oder diese Triebe. Wäre das dann nur eine Reflexion im Sinne von mir bewusst werden oder geht diese Volition zweiter Stufe auch so weit, dass ich irgendwie auf dieser Ebene sagen kann, hey, ich habe richtig Bock, motiviert zu sein für eine Sache. Genau. Also die Reflexion, die ist nicht nur abstrakt, sondern die ist auch wiederum energisch oder ja kräftig strukturiert. Also ich beziehe mich nicht nur abstrakt theoretisch auf meine Triebe, sondern ich beziehe mich willentlich oder vielleicht sogar fast triebhaft auf meine Triebe. Also der Trieb oder der Wille wird selbstreflexiv. Frankfurt spricht davon, dass ich will, dass etwas mein Wunsch sei oder mein Antrieb sei. Das ist damit gemeint. Wir hatten jetzt kurz zu Beginn dieses Themas Wille und Trieb hatten wir eine klare Unterscheidung, beziehungsweise hast du das aufgemacht, dass wir hier eine Unterscheidung treffen sollten. Das hängt auch eng miteinander zusammen, wie mir schien. Wie könnten wir das aber noch ein bisschen trennscharfer machen? Können wir so sagen, wenn ich mir über meine Triebe bewusst werde, dass genau in diesem Moment mein Trieb zum Willen wird, wenn ich das weiterhin in mir behalte? Oder gibt es andere Aspekte der Trennung, die da vielleicht hilfreich wären? Ja, also es ist erst mal richtig, dass der Trieb, wenn er nicht reflektiert ist, nicht mit dem freien Willen kompatibel ist. Also wir sind heteronomen, sagt man da. Wir sind fremdbestimmt im Trieb, wenn wir ihn nicht reflektieren. Und das hat ja auch Sigmund Freud und andere gezeigt, dass wir zum Beispiel so ein Ehes in uns haben, ein Über-Ich. Könntest du ganz kurz das erklären mit Sigmund Freud, inwiefern wäre das da fremdgesteuert? Also dieses Ehes, es gibt ja dieses Ich, Über-Ich und Ehes, diese Dreierstruktur bei Sigmund Freud. Und dieses Ehes ist ja dieser Bereich des Unbewussten. Und bestimmt steuern uns unbewusste Antriebe, Triebe, Wünsche. Und das ist eher was, was nicht uns im freien Sinne vorliegt, sondern wir sollten, um frei zu sein, unsere Motive reflektieren und ganz kontrolliert einsetzen. Also es geht um Kontrolle. Das Ehes unterliegt nicht unserer Kontrolle, häufig. Und es geht darum, dass wir diesen Trieb, dieses Energieprinzip in uns reflektieren und kontrollieren. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine wirkliche Leistung vollbracht, die uns auch in die Lage versetzt, unsere Energie zu steuern und in bestimmte Richtungen zu bringen. Es geht letztendlich um die Arbeit an uns selbst. Also wir sind im Prinzip nicht zwangsläufig den Trieben unterworfen, sondern haben immer die Freiheit zu einem freien Willen. Ja, und der Trieb ist letztendlich ja auch nichts Fremdes. Sigmund Freud unterscheidet ganz prominent zwischen Trieb und Reiz. Ich mache oben rechts wieder einen Link rein. Der Reiz wird als etwas Äußerliches empfunden, dem wir entgehen müssen. Also wir müssen zum Beispiel, wenn die Sonne in unser Auge zu intensiv fällt, dann müssen wir das Auge schließen. Das machen wir häufig gar nicht willentlich, sondern das geht reflexartig. Hingegen ein Trieb, der wird nicht so sehr als etwas Äußerliches empfunden, dem man entgehen muss, sondern als etwas, dem man entgegenkommen muss, das man erfüllen oder befriedigen muss. Also ein Trieb hat eine ganz klare Zielrichtung. Eine Teleologie, sagt man. Und das ist ein wichtiger Unterschied und das hat Sigmund Freud sehr, sehr gut gezeigt. Also der Trieb ist nicht immer, wie es viele Philosophen sahen, zum Beispiel Immanuel Kant, so ein Prinzip der Unfreiheit, sondern der Trieb ist eine Chance, eine Möglichkeit, uns zu unserer Freiheit zu bündeln, zu fokussieren und auch zu bilden. Also der Weg der Bildung ist auch ganz wichtig. Genau, also das heißt, wir können festhalten, Triebe sind nach Sigmund Freud jedenfalls internalisiert, sie sind im Inneren zu finden und nicht im Äußeren. Ja, und jetzt bist du auf den Punkt eingegangen mit der Bildung. Wir hatten am Anfang Spieltrieb, aber auch Bildungstrieb genannt. Inwiefern kann ich dieses Bildungs, wie kann ich Bildung verstehen? Also Bildung bei Blumenbach, das ist dieser erste Denker, der diesen Bildungstrieb, diesen Begriff geprägt hat im 18. Jahrhundert, der hat die Bildung noch ganz organisch verstanden oder biologisch. Also er spricht von einem Polypen, einem Arm-Polypen, das ist so ein Tier, was man in Flüssen findet, also eine ganz einfache Struktur, dem die Arme nachwachsen, wenn man sie zum Beispiel abschneidet. Und da in dieser Hinsicht spricht er von Bildung im Sinne von Reproduktion, Regeneration, letztendlich von bestimmten Phänomenen, die Organismen auszeichnen, dass sie sich selbst reparieren können, dass sie sich selbst aufrechterhalten. Also es geht in diesem Sinne erstmal nur ganz allgemein um so eine Zielrichtung in einem Lebewesen, sich selbst aufrecht zu erhalten und auch, wenn ihm gewisse Teile genommen werden, die wieder nachzuproduzieren. In dem Sinne ist es ja sozusagen unser Alltagsbegriff von Bildung sehr passend, weil wir in unserer Gesellschaft eben diese schulische Ausbildung und Bildung in unserem Lebenskontext halt brauchen, um auch zu überleben, wie die Arme dieses Polypen. Genau, man kann dann weitergehen und das haben auch viele Denker im Anschluss an Blumenbach gemacht und den Bildungstrieb nicht nur auf so natürliche Situationen oder Phänomene anwenden, sondern eben auch auf geistige. Also unsere Bildung besteht nicht darin, dass uns Arme nachwachsen, im Gegenteil, uns wächst so gut wie kein Glied nach, so Haare vielleicht oder auch nicht. Aber da sind wir jedenfalls gegenüber der Natur anderer Wesen im Nachteil. Hingegen können wir auf einer anderen Ebene, der geistigen, der intellektuellen Ebene, sehr wohl Bildung realisieren. Und zwar in dem Sinne, dass wir gewisse Anlagen und Vermögen, die wir in uns haben, unsere Vernunft zum Beispiel, dass wir die einfach vervollkommenen. Also auch so eine Art von Perfektionismus ist darin gelegen, sich zu steigern, sich weiterzuentwickeln. Zu guter Letzt würde mir jetzt noch irgendwie, bleibt noch so ein bisschen die Frage für mich offen, gibt es bessere oder schlechtere Triebe? Wir haben ja natürlich eine Unterscheidung gemacht, dass es Triebe gibt, die dann irgendwie willentlich werden, wenn wir uns dessen bewusst werden. In dem Sinne könnte man hier eine Unterscheidung treffen und sagen, es ist besser, wenn wir uns unseren Trieben bewusst sind. Das möchte ich aber nicht machen, weil es irgendwie vielleicht mir zu einfacher scheint. Die Antwort ist ja jetzt schon gegeben. Mich würde interessieren, bei den Trieben, die uns erstmal nicht bewusst sind, gibt es da unterschiedliche Triebe und auch bessere oder schlechtere? Im Sinne entweder moralisch oder funktional? Also in der Geschichte der Theologie zum Beispiel gibt es auch solche Ansätze, dass man davon spricht, es gibt einen guten Trieb und einen bösen Trieb in uns, also ein Dualismus. Das ist ganz altes Gedankengut. Karl-Leonard Reinhold, ein Philosoph der nachkantischen Philosophie, spricht von einem eigennützigen Trieb und einem uneigennützigen Trieb. Ich mache oben rechts und link rein. Es ist dann aber immer so, dass die Triebe nicht alleine wirksam sein können. Also wir müssen uns immer zu unseren beiden Trieben verhalten. Und wir können nur dann frei handeln, wenn wir uns irgendwie einig werden mit beiden Trieben. Und deswegen ist es immer uns selbst überlassen, welchem Trieb wir den Vorzug geben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur vom einen oder anderen Trieb fremdgesteuert werden, sondern Triebe muss man sich eher wie so Angebote vorstellen, wie so Optionen, die wir dann ergreifen können oder nicht. Also wir sind nicht von unseren Trieben jetzt zum Guten oder zum Bösen hin von vornherein prädeterminiert, sondern wir haben eben Anlagen in uns. Kant spricht auch von einem Hang zum Bösen oder eine Anlage zum Guten. Das sind so Grunddimensionen des Menschen. Und da wird der Begriff des Triebes auch nicht mehr richtig scharf, weil er doch sehr stark biologisch konnotiert ist. In diesem Sinne von einem Trieb zum Guten oder Bösen sollte man gar nicht mehr so eigentlich vom Trieb sprechen, sondern eher von Möglichkeiten, Tendenzen. Was aber doch gemein ist, ist dieses energetische Potenzial. Also es geht um Kraft, um Willenskraft, um Durchsetzung, um Behauptung, um Entschiedenheit, die unser Leben auszeichnet. Ja, interessant. Also das heißt, begrifflich haben wir, bleibt es einfach, kann man sehr schnell in so einem unscharfen Bereich landen. Was aber irgendwie dem Ganzen so einen roten Faden gibt, ist die Qualität des Gefühls vielleicht, was man da hat, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ich meine, der Trieb, der bezieht sich immer auch auf unsere Natur. Also der Trieb hat eine, wie ich schon sagte, eine hohe Energiedichte und die kann man auch emotional ausbuchstabieren. Also es geht letztendlich auch um unsere Existenz, wie wir in dieser Welt überleben. Und manche sprechen auch davon, dass es einen Trieb zur Identität gibt, also dass der Trieb das Prinzip unserer Existenz ist. Das ist diese Energie, die sich durch unser Leben hindurchzieht. Also der Trieb ist ganz zentral und abschließend kann ich eben vielleicht dazu sagen, hier muss noch, kann noch viel Arbeit geleistet werden. So eine Philosophie des Triebes muss erst noch geschrieben werden. Okay, vielen Dank, Jörg Noller, für dieses tolle Interview. Und dann sehen wir uns bei einer nächsten Folge über das Thema des Bösen. Vielen Dank.